und damit willkommen zu crossfire so jetzt geht es weiter mit not weiter ins chaos ja 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 wann zerstören und so weiter und so fort aufpassen wegen geschütz hier runter ja ich weiß ein bisschen alles haben na renn mal vorwand passt schon so was war noch unsere verstärkung die ersten missionen gehabt auch bei crossfire die sind relativ langweilig ja ich weiß rein 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 auch schon mal ein loch in der wand rauf da wasser hier platt machen rein hier so gehen sie nach hinten drauf hier kommt man mit mal hier mit rein nach der dass sie sich jetzt ein gebäude verschanzt haben ist echt ein großer nachteil für uns aber gut wir warten mal so rennt 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 die ist noch platt gehen wir hier drauf auf die gebäude ah haben sie noch erwischt nicht schlimm gut können sich erreichen die sind schon mal getriggert das ist gut dann können die hier rein da kommt man schon raus die wollen nicht dann los rennt 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 so ihr macht die karsenne schon mal fertig sehr schön kommt schon leute ein strom ja ich weiß alles gut darf man die pitbulls hier weg machen so fördern wir erstmal unsere leute hier ja sehr schön guck mal hier rutsch sehr schön rennt 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 also die verstärkung wird ein bisschen schneller kommen hier ist alles im grünen bereich auch noch welche drin aber wir holen erstmal zurück weil die haben gar keine chance vor allem hier gegen die türme haben die gar keine chance hat überhaupt jetzt gar keinen sinn jetzt die leute da hoch zu schicken hier ein bisschen abwehr ihr könnt da nicht drauf gehen dann können wir euch mal mitnehmen lehrt die mal ein bisschen hier geht schon auf die kraftwerke drauf vielleicht müsste noch ein ingenieur kommen ganz genau können wir mal nehmen laufen 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 ja wie gesagt das sind die ersten missionen auch mit not langweilig und später im spielverlauf wird es hier wesentlich interessanter gibt auch hier mit noch ein paar missionen ich glaube auch ein zwei missionen die auch ein bisschen schwerer zu lösen sind aber näheres dann wenn wir soweit sind das gewollt vier pitbulls oder sind das nur vier pitbulls das ist der nachtel von gebäuden da ist er ja warum gehen sie dich hier vorne durch das verstehe ich überhaupt nicht die müssen unbedingt hier außen rumlaufen ist ja kein wunder dass sie sich dann hier pushen können dass wir gut durchkommen ja es ist sowieso nicht mehr da oben Oh, ganz gefährlich. Weckend? Ja, 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 ja. Das ist eben der Nachteil, wenn die jetzt zu nahe kommen. Noch ein bisschen pushen, nachkommen. Zeig mal hier hoch. Ja, jetzt sind sie natürlich auch heroisch. Und das ist natürlich total scheiße. Macht es eigentlich unmöglich, da jetzt reinzukommen. Die schon wieder. Doch extra. Da sieht man genau den Wegpunkt, den sie hinfliegen sollen. Machen sie nicht. Das ist schon mal gut von euch. Klaren Befehlen bis 8. Trotzdem komme ich da oben nicht lang. Er kann jetzt auch 20 von den Einheiten schicken, von den Fanatikern. Das ist scheißegal. Bringt uns jetzt hier nicht weiter. Reinforcements haben erreicht. Wir haben unsere Taktik. Tut es unter Attack. Schau auf. Schau auf. Schau auf. Fierig. Reinforcements haben erreicht. Ries up! Melitia! Geh es! Gucken wir uns, lenken wir es einfach mal ab. Reinforcements haben erreicht. Ne, Fanatiker kommen hier nicht mit rein. Fierig ist es. Rokette sind bereit. Reinforcements haben erreicht. Fokus. Die wurden schon angegriffen. Perfekt. Perfekt. Hier schon mal. Hallo. Das ist der Target. Objektiv verblüht. Oder so. Perfekt. Das die brauchen länger. Du hast es gemacht, Commander. Man, GDI wird ihre Pantäne verbraten, wenn sie sehen, was Kane hat. Perfekt. Mission verbrannt ist. auch in diesen dieser kampagne wird er keine videos so auch so zwischen sie kannst du davon sehen so alles gemacht alles auf gold perfekt perfekt da würde ich sagen vielen dank fürs einschalten bis zum nächsten mal und bis dann